Hallo, hier ist der Diebstar. Willkommen zurück zu Freespace Silent Sweat zur nächsten Mission. Letztes Mal waren wir in Ross 128 und sollten da ursprünglich die Überreste der Station Revigra scannen. Da konnten wir leider nicht machen, da es keine Überreste gab. Und haben stattdessen Chivala und CTI in Deutschland gefunden, dann haben wir vernichtet. Und ja, einfach eins, was wir machen konnten. Deswegen geht weiter mit der nächsten Mission, würde ich sagen. Also los, legen wir los und los geht's. Oder so, oder ähnlich. Die Schivan-Traffic durch die Beta-Aquali-Jump-Node. Unsere Mission? Shut them down. Deine Winger wird diese Umgebung kontrollieren und engagieren irgendwelche Hostels. Seek und destroy. Ja, einfach eine, einfach eine, einfache Aufgabe. Wir sollen da in das Gebiet reinfliegen und alle Schiwana vernichten. Mehr muss man nicht machen. Ja, machen wir es mal. Schiffs-Auswahl. CTF Ulysses. Ähm... Kriegen wir zumindest vorgeschlagen? Kriegen wir hier vorgeschlagen? Nein, ich selbst verzichte mal mit unserem Flügel drauf. Ich nehme mal Herkules. Die anderen können mit, äh, Ulysses rumfliegen. Aber wir nehmen Herkules. So, was nehmen wir denn dann noch? Wir nehmen... Prometheus und... Shieldbreaker. CTB-99 Shieldbreaker. Ich habe noch gar nicht vorgelesen, glaube ich. Prototype. No High Damage. High Seek Damage. Moderate Energy Usage. Ja. Ich dachte alles, ne? Also, kein... Kein Hülzahn. Nur Silzahn. Und davon die Menge. Aber ist sehr hilfreich, denke ich mal. Ja, ist klar. Ich habe jetzt noch keine Raketen ausgewählt. Wenn wir jetzt lieber gebrauchen könnten. Ähm... Ja. Die Raketen. Abruro Raketen. Ähm... Clusterbomb. Habe ich doch noch nicht vorgelesen, aber die noch nicht verwendet haben. GTM-86 Clusterbomb. Standard Issue. Area Effect. High Damage. Cluster Warhead. Und die E-M-Pulse ebenso. CTM-11 E-M-Pulse. Advanced Missile. Area Effect. Fast Target Lock. Electromagnetic Pulse. Ja. Brauchen wir alles... Brauchen wir alles nicht. Alles unnötiges Kram. Wir nutzen lieber die Phoenix Five. Und die Interceptor müsste das sein, ja. Nehmen wir lieber die beiden. So. Wollen wir mal die mal ausgerüstet. So. Die fliegen los mit... Prometas, Prometheus und Interceptor. Oh, ja. Ich denke mal, komm mal. Du kannst es nur lassen. Deswegen. Los geht's. Hier ist nichts los. Nichts los hier. Ja, genau so sieht es aus. Wir müssen jetzt hier sitzen und warten. So heißt es ja so ein bisschen auch. The Wait, ne. Wir müssen mal warten. Hier ist färbt, aber nichts. Wie du siehst, hier ist nichts zu holen. Hm. Doof. Aber es ist halt so. Es ist halt so, dass hier nichts zu holen ist. Ja. Na. Na kommen sie. Na. Doch was zu holen hier. So. Betaf. Die kümmert sich mal um die ganzen Gegner. Was soll denn hier? Ein Kane. Das nehmen wir mal. Wir greifen jetzt mal diesen Kane an. Und die kümmert sich um die Jäger mit zusätzlich. Sollen die doch mal nicht. Engage und destroy Shivan Freighters. Do not. Repeat. Do not destroy the cargo. We will commence Retrieval once the area is secured. Ja. Wie kümmern wir uns denn mal um die Jäger mit den Olysses gemeinsam. Na ja. Ist das stimmt, was werden wir wieder weg oder so? Ne. Doch nicht. Diesmal nicht. Meistens sterben die noch. Meistens sind weg irgendwie. Das ist ein P Congress. Das ist ein Päuerliche. Da. Ach. Oh. Du hast ja. Du hast ja. Da. Du hast ja. 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 Wumen. Ja. Du hast ja. Doa hast ja. Wie kann das Antwort? Du hast mich nicht das Wort? Äh Er wisst Ja, wir dürfen sie aber nicht anlegen glaub ich Alter Alter So, der ist schon mal weg Er ist schon mal ein umpaiger hier Oh Nachschmester Oh Na ja Erwischt Ja, muss doch mal Verluste allein, aber die haben gleich den Kreuzer geknackt Oh Wollte mal lieber Fenix nehmen Die ob diesen Meer reinhaut hier Komm schon So, alle angreifen Ja, das war der Kreuzer Oh, diese scheiß Geschütztürme Oh So Endlich War knapp War gar nicht so einfach Das war auch schon noch nicht alles, oder? Ja Die Freighter können es von hier her zurück zurück Nee, ich war's lieber ab Nicht, dass hier nur angegriffen werden Ja, gut, können wir mich abhauen, aber Peter haut ab, aber Alfa nimmt nur unser, unser, unser Befehl entgegen Was war eigentlich, was war da Was haben wir eigentlich, ja Jetzt Gesichert Unbekannt Ja, unbekannt Haben wir gesichert Das ist ja nicht toll Unbekannt Etwas Etwas wenig Dachte ich ja Bisschen mehr Bekannteres Allerdings Wahrscheinlich auch so wichtig Wahrscheinlich Mit die Wissen Mit Wissen Wissen Was das ist Oh, mal gucken Bin immer neugierig Auch nochmal unbekannt Oh, und Nein, da war Da war Oh, glaube ich, kriegen wir noch nicht mehr, glaube ich Ich fliege jetzt noch nicht weg Weil Ich ja mal Gucken will Ob wir hier Ich Das hier irgendwann noch passiert Dann müssen wir ja auch wegspringen, ey Sollen wir In alles zu unsicher, ja Und man kann ja nicht wissen, ob wir nicht doch noch irgendwie angesprochen werden So, der erste ist weg Alfa stop wasting time and return to base Ach, warum Ich verspende noch keine Zeit Ich achte nur, dass wir alle sicher ankommen Ist das aber verboten? Hoffenmal schon, ne? Kriegen werden wir ja dann degradiert, wenn wir hier nicht mal ehrlich zurückfliegen Aber kommt irgendwann mal wieder nur ein Zeitlimit Wie in der ersten Mission damals noch Ja gut, damals klingt so, als wäre das ewig her So war der Angst nicht her Zwei Wochen Oder drei Wochen Ich glaub drei Wochen, ne? Für euch Für mich nicht Für euch Ich glaub ich drei Wochen her Ich weiß gar nicht Jetzt ist jetzt Folge 11 Ja, 22 Tage später Ja, drei Wochen Ja Wo ist das? Wo ist das? Ich warte bis abgeflogen ist Wir sind halt brav Wir machen mehr als unsere Pflicht nötig ist Ja? Also was Beschwerter sich eigentlich Man kann ja nie wissen, wer kommt jetzt irgendwas Irgendein Chiwana, der kurz angreift und dann ist das Ding kaputt Das wäre ganz wie doof Deswegen Lieber abfliegen müssen Dann haben wir das erledigt So Jetzt können wir nach Hause So, depart Ja Und auch ab Jawohl Sagst du Sagst du Genau dasselbe Ah Ja Und ab Na Hause Tschüss Ich war ganz lief relativ gut Aber war nicht einfach Teilweise Mal aufpassen Ja Dann hoffen wir mal Das es auf wirkliches Gesicht gelohnt hat Die ganze Zeit zu warten Ja, so warten The Wait hieß das ja auch Weil da haben wir ja auch gewartet Sowohl am Anfang als auch am Ende Sieben Abschüsse Eine SIS Ja Fünf Mediccores Das war's dann mit dieser Folge Und daher danke ich fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ja Das war's dann mit dieser Folge Und daher danke ich fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal